Die Armut hat in Deutschland einen neuen Negativrekord erreicht. Und selbst Friedrich Merz hat in einem Interview über einen massiven Wohlstandsverlust geredet und dass die Menschen weniger Geld in der Tasche haben. In diesem Video spreche ich über die Zahlen und die wahren Gründe für die Armut in Deutschland. Los geht's! In dieser Woche gab es sehr, sehr viele Berichte in den deutschen Medien über die steigende Armut in Deutschland. Zum Beispiel hat die Tagesschau geschrieben, Kluft zwischen Arm und Reich wächst rasant. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat geschrieben, Armut in Deutschland wächst. Und auch in einem Bildinterview mit Friedrich Merz sagte er, das Land verliert einen großen Teil des Wohlstandes. Offenbar haben wir in Deutschland ein großes und immer größer werdendes Problem mit Armut. Und da muss man sich doch fragen, wie kann das sein? Wir sind eins der reichsten und fortschrittlichsten Länder der Welt und trotzdem haben wir Probleme mit Armut. Also wie kann es sein, dass zum Beispiel Rentner im Supermarkt nicht mehr alle Lebensmittel kaufen können, die sie wollen? Wie kann es sein, dass wir Obdachlosigkeit haben? Oder wie kann es auch sein, dass sich ganze Familien im Winter nur noch ein Zimmer heizen können? Das kann doch einfach vor und hinten nicht sein. Und selbst Friedrich Merz hatte in einem Interview mit der Bild-Zeitung gesprochen über Inflation, Wettbewerbsfähigkeit und Armut. Und er sagte in dem Interview folgendes. Wir werden noch länger mit einer Kerninflationsrate von 5% rechnen müssen. Das bedeutet für die Menschen 5% weniger Nettoeinkommen und höhere Kosten für zahlreiche Güter des täglichen Lebens. Das Land verliert einen Teil seines Wohlstandes. Und wir fallen im Ranking der Wettbewerbsfähigkeit international immer weiter zurück. Die Familienunternehmen haben eine neue Studie veröffentlicht, in der wir von Platz 14 auf Platz 18 abgerutscht sind. Hinter uns sind nur noch Spanien, Ungarn und Italien. Und die Industrieproduktion sinkt. Die Bundesregierung muss jetzt alles dafür tun, um eine Deindustrialisierung unseres Landes zu verhindern. Wobei ich glaube, in diesem Prozent sind wir schon mittendrin. Es geht also nicht darum, das zu verhindern, sondern aufzuhalten und wieder ins Gegenteil umzudrehen. Also selbst Friedrich Merz gibt zu, dass die Menschen immer weniger Geld für die Dinge des täglichen Lebens, wie zum Beispiel Lebensmittel zur Verfügung haben und jetzt ihren Wohlstand verlieren. Und der Deutsche Paritätische Wohlstandsverband geht in seinem Armutsbericht 2022 sogar noch weiter und schreibt, dass die Armut einen neuen Negativrekord bekommen hat. Hier siehst du mal die Zahlen und dort kannst du sehen, seit 2006 steigt die Armut in Deutschland kontinuierlich an. Und das ist natürlich echt bitter für die Menschen in unserem Land. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass unsere Politiker immer davon reden, dass Deutschland ein Vorbild für die anderen Länder dieser Welt sein muss. Ja, aber da frage ich mich ganz ernst, wieso sollen sich andere Länder an einem Land, das immer ärmer wird, ein Vorbild nehmen? Ja, das macht doch niemand. Aber außerdem frage ich mich auch, wieso wird denn Deutschland immer ärmer? Was steckt dahinter? Was sind die Gründe? Und die Gründe dafür werde ich dir gleich nennen. Vorher will ich dir aber noch kurz erklären, wie in Deutschland Armut überhaupt gemessen wird. Weil durch diese Methode kann man selbst als Millionär in Deutschland arm sein. Schauen wir uns mal den Armutsbericht 2022 vom Paritätischen Wohlstandsverband an. Und direkt in der Einleitung steht dann Folgendes. Die Armut hat im Jahr zwei der Pandemie erneut eine traurige Rekordmarke erklommen. Mit 16,6 Prozent müssen 2021 ungefähr 14 Millionen Menschen in Deutschland zu den Einkommensarmen gerechnet werden. Noch nie wurde auf Datenbasis des Mikrozents eine höhere Armutsquote für das Bundesgebiet gemessen. Und damit fügt sich auch das Jahr 2021 einen besorgniserregenden Aufwärtstrend der Armutsquoten, der bereits 206 eingesetzt hat, an. Okay, also der Armutsbericht sagt, die Armut steigt seit 2006 immer weiter an, wie du auch hier in der Grafik siehst. Und das, obwohl unser Bruttoinlandsprodukt immer weiter steigt. Da müsste man doch denken, wenn unser BEP immer weiter steigt und alle partizipieren davon, dass eigentlich auch der Wohlstand steigen müsste. Also warum steigt auch gleichzeitig die Armut an? Und zwar liegt das an der Messmethode. Und weiter unten in dem Bericht steht nämlich zur Messmethode der relativen Einkommensarmut. Das Statistische Bundesamt und auch dieser Armutsbericht folgen einer bereits fast 40 Jahre alten EU-Konvention, was die Definition und die Berechnung von Armut anbelangt. Arm sind demnach alle, die über so geringe Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in den Mitgliedstaaten, denen sie im Leben, als Minimum annehmbar ist. Und diese EU-Konvention folgen zählt der Bericht jede Person als einkommensarm, die mit ihrem Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Einkommens liegen. Also, hier wird quasi erstmal das mittlere Einkommen eines Landes berechnet und darauf werden dann 60 Prozent gerechnet. Und diese 60 Prozent, das ist dann die Armutsschwelle. Und wer da drunter fällt, der gilt als arm. Ja, und in Deutschland ist das mittlere Einkommen eines Single-Haushaltes bei ungefähr 1.913 Euro. Und demzufolge ist die Armutsschwelle 60 Prozent davon, also 1.148. Und wer jetzt unter diesen 1.148 Euro als Single liebt, der gilt als armutsgefährdet. So, und genau hier ist jetzt nämlich das Problem. Man rechnet einfach aus, was ist das mittlere Einkommen in einem Land und davon leitet man die Armut ab. Und das führt dann zu ganz komischen Schlussfolgerungen. Wenn wir zum Beispiel in Deutschland allen Menschen jetzt plötzlich eine Million Euro mehr geben würden, ja, also jeder würde jetzt eine Million Euro verdienen, dann wäre also das mittlere Einkommen eine Million 1.913 Euro. Und 60 Prozent davon wären 601.147 Euro. Also selbst wenn du dann über eine halbe Million Euro verdienst, würdest du laut diesem Bericht unter die Armutsgrenze fallen. Ja, das musst du dir mal überlegen, ja, verdienst eine halbe Million bis trotzdem arm. Oder wenn alle Menschen in Deutschland zum Beispiel 100 Euro verdienen würden, also alle, jeder, dann wäre niemand arm, weil dann niemand unter diese Einkommensschwelle fallen wird. Also es ist völlig egal, ob die Menschen jetzt mehr oder weniger in Deutschland verdienen, es wird immer Armut geben nach dieser Messpethode, ja. Also denke bitte daran, wenn irgendwelche Menschen wieder vom Armutsbericht oder irgendwelchen Armutsschwellen reden, ja, dass das immer abhängig von diesen 60 Prozent ist. Aber was jetzt den großen Unterschied macht, ist einfach die Schere beim Einkommen zwischen Arm und Reich. Und diese Schere geht immer weiter auf. Es heißt, es gibt einige Menschen, die immer mehr verdienen. Und es gibt natürlich andere Menschen, die gleich viel verdienen oder sogar weniger. Und dadurch wird einfach der Unterschied zwischen Arm und Reich immer größer. Und dadurch wächst natürlich auch die relative Armut. Und selbst wenn du jetzt jedes Jahr genauso viel verdienst, wirst du trotzdem ärmer, weil wir ja eine Inflation haben und die Dinge des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Lebensmittel und Energie, immer teurer werden. Und genau zu dieser Einschätzung kommt nämlich auch der Oxford Farm Bericht, weil die Tagesschau hat ja nämlich darüber berichtet und dort steht Folgendes. Jeder zehnte Mensch auf der Welt hungert, heißt es in dem Bericht der Organisation Oxfam. Gleichzeitig profitieren viele Konzerne enorm von den jüngsten Krisen. 95 Lebensmittel-Energiekonzerne hätten ihre Gewinne 2022 mehr als verdoppelt. Erstmal seit einem Vierteljahrhundert nehmen laut Oxfam extreme Armut und extremer Reichtum gleichzeitig zu. Konzerne und deren Eingehmer professionieren zudem von unterschiedlichen Krisen. In Deutschland flossen demnach 81 Prozent des gesamten Vermögenszuwachses, der zwischen 20 und 21 erwirtschaftet wurde, an das reichste Prozent der Bevölkerung. Und die übrigen 99 Prozent der Bürger müssen sich auf die übrigen 19 Prozent des Vermögenszuwachses begrenzen. Und laut Oxfam leben mindestens 1,7 Milliarden Arbeitnehmer in Ländern, in denen die Inflation höher ist als die Lohnentwicklung. Also die Dinge, die sie kaufen, kosten mehr als das, was sie zusätzlich an Geld einnehmen. Und außerdem jeder zehnte Mensch auf Erden hungere. Und genau das ist nämlich das Problem. Einige wenige Menschen werden immer reicher und einige andere werden immer ärmer. Und hauptsächlich passiert das in großen Krisen. Und genau das konnte man zum Beispiel in der Corona-Krise sehen. Viele Menschen haben dort ihren Job verloren und viele Mittelständler sind pleite gegangen. Aber gleichzeitig große Pharmakonzerne, Internetkonzerne, Lebensmittelkonzerne, die von dem Lockdown nicht betroffen waren, die blühten auf und machten fette Gewinne. Oder jetzt auch in der Energiekrise. Viele Menschen können sich den Strom nicht mehr leisten und nicht mehr ordentlich heizen. Aber Stromproduzenten und internationalen Ölkonzerne verdoppeln ihre Gewinne. Es gibt also immer Gewinner und Verlierer in Krisen. Aber in der Regel ist die Bevölkerung immer die, die verlieren, weil sie einfach kaum Möglichkeiten haben, irgendwie von der Krise zu profitieren. Ja, und blöderweise sind wir aber seit 2006 im Dauerkrisenmodus. Also wir haben jedes Jahr eine Krise, ja. Hier mal eine Auflistung der Krisen der letzten Jahre. 2006 US-Immobilienkrise. 2007 weltweise Bankenkrise. 2008 Lehman-Pleite. 2009 Weltwirtschaftskriege. 2010, die Folgejahr, Griechenland- und Europakrise. 2015 Migrationskrise. 2020 und 2021 Corona-Krise. Und jetzt 2022 Krieg- und Energiekrise. Also wir sind einfach im Dauerkrisenmodus. Und dadurch leidet natürlich unsere Bevölkerung. Und deswegen geht auch in Deutschland die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Und deswegen steigt auch die Armutsquote. Und jetzt kann man natürlich überlegen, ja, wer ist schuld da dran? Weil diese Krisen haben natürlich alle eine unterschiedliche Natur. Aber eins haben sie allesamt gemeinsam. Entweder wurden diese Krisen durch die Politik ausgelöst. Oder sie hätten durch die Politik verhindert werden können, ja. Nehmen wir mal die aktuelle Energiekrise und den Krieg. Ist eine rein politische Geschichte. Oder nehmen wir auch die völlig überzogenen Corona-Maßnahmen, ja, welche dann zur Corona-Krise geführt haben, auch rein politisch. Oder auch die Migrationskrise, die ist ebenfalls politisch, ja. Irgendwelche Kriegstreiber bomben den kompletten Nahen Osten weg, was denn zu vielen Flüchtlingen führt. Und unsere Politiker haben alle Grenzen geöffnet. Und auch die ganzen Wirtschafts- und Finanzkrisen, die wir hatten, durch eine kluge Politik und Regulare, hätte das auch verhindert werden können. Also, im Endeffekt ist mein Fazit, fast alle Krisen dieser Zeit basieren auf unfähigen Politikern und am Ende leidet die Bevölkerung. Und leider lässt sich daran wenig ändern. Weil egal, in welchem Land du lebst, ja, oder welche Politiker gerade an der Macht sind, die wenigsten Politiker dienen wirklich den Menschen und der Bevölkerung. Und die meisten sind nur darauf aus, ihre Macht zu vergrößern, ihre Macht zu erhalten oder Geld zu verdienen. Wir sehen ja bei uns, wer bei uns politische Ämter hat, ja, und wie viel Fachkompetenz die Person hat. Ja, und dazu kommt, dass wir in Deutschland speziell noch ein ganz anderes Problem haben, warum wir Deutschen im Durchschnitt kein Geld haben. Aber dazu schau dir mal folgendes Video an, was ich dir hier verlinke, weil dort zeige ich dir nämlich, warum wir Deutschen kein Geld haben. Eigentlich ist es bloß, dass wir públic sind. Untertitelung des ZDF, 2020